Jo Leute, wo sind wir? Wir sind bei Super Mario Bros. Wii in der schönsten Welt, die es auch gibt hier in dem Spiel, und zwar der Water-Welt. Und ich hasse Wasserwelten, Leute. Was machen wir da? Wir versuchen mit guter Laune an die Welt heranzugehen, haben jetzt hier dieses wunderschöne kleine Minispiel mit dem Karpfenfisch, genau, der nichts lieber tun würde, wollen würde, als uns zu fressen, uns aber nicht kriegt, weil wir lassen uns nicht fressen. So, ganz einfach haben wir den mal kurz weggehauen. Zack, kriegen drei Pilze geschenkt. Vielen Dank, Toad, for the Pills, for the Mushrooms. Die werden wir mal mit Sicherheit in dem Spiel noch gebrauchen. Gerade mal bei meinem Skill brauchen wir die. Wo gehen wir hin? Links, rechts, links, rechts, links. Sieht aus, als wenn sie da irgendwie so ein Haus weggemacht hätten, gebombt, wie ihr wollt. Wenn ich da unten die kleinen Fische schon wieder sehe, dann ist mir schon wieder klar, das Level ist nichts Gutes. Wenn ich jetzt auch noch sehe, dass die da rumspringen, dann kriege ich eh ganz die Kretze. Ja, genau, du Blödmann! Ah, komm. Ja, sicher! Genau, 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 genau. Boah, ey, wie... Boah, ne. Boah, Leute, da sag ich euch, das, das, ne. Das Level ist einfach durchweg behindert. Da, da, ne, da ist meine Motivation, auch wenn, wenn die gute Laune eigentlich, eigentlich da sein sollte, da ist eine Motivation am tiefsten Punkt des tiefsten Punktes von dem tiefpunktigen Punkten. Ja! Du Behindertar! Genau! Ich will doch nur den Fisch haben, ja, das will ich nicht. Boah, Leute, jetzt mal im Ernst. Genau! Boah, ey. Das ist ja mal ein... Ja, das ist leicht, dass ich... Komm schon, komm schon, komm schon. Dam, 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 dam. Was? Genau! Genau! Was ist denn das für ein Scheiß hier? Ich erinnere mich wieder. Das fand ich früher schon scheiße. Boah, knappe Sache. Genau! Genau! Boah, wie ihr gelitten habt, wie ihr gelitten habt, wie die Entwickler gelitten haben in dem Spiel, ne? Ja! Du dreckiger Mistfisch! Ja! Gib mir das Ziel! Boah! Wow! Dib, dim, dim! It's Mario time! Ja, das ist so geil, dieses It's Mario time. Ich finde das so geil, Leute. Das geht gar nicht. Das ist echt... Ich liebe das. So, jetzt geht's da in die Mitte, zu dem Schloss, wo die Prinzessin Bosa schon wartet. Aber, die kann noch ein bisschen warten, weil wir nehmen erstmal den anderen Weg und machen erstmal das andere Level. Genau! Das tun wir jetzt, das machen wir. Wir sind gespannt, was da diesmal vorkommt. Welt 4, 3. Dim, dim, dim! Oh, die Musik kenne ich. Oh, Dreckschleuder. Dreckschleudernde Pilze, genau. Krebse. Ich glaub's nicht. Mein Sternzeichen schleudert Dreck. Sollte ich mir das irgendwas sagen? So. Wow. Alles, alles, was nicht so funktioniert, wie ich das will, wird einfach vereist. Ja. Ja. Ja, bringt uns das denn jetzt. Genau! Da hat er's wieder geschafft. Der Dreckskrebs hat's geschafft. So. Ja. Ja. Yay. Wooo. Genau. So. Ja, was? Genau, fällt der da runter. Ne, stampfen eigentlich. Leute, was war das denn? Was war das denn? Boah, diese Stachel. Wie heißen die Seeigel da? Die gehen mir echt auf den Nerv. Gebt mir das Ziel, gebt mir das Ziel. Zwar nicht besonders hoch, aber egal. Hauptsache, wir haben das Ziel erreicht. Zwei Level in... Boah, ich kann das nicht lesen. Fünf Minuten, so. Ich brauche eine neue Linse, Leute. Eine neue Linse. So. Jetzt könnten wir eventuell, wenn wir gut sind, was ich nicht glaube... Nein, das ist wieder ein Buhu-Haus. Erlöst mich doch mal einer von den Buhu-Häusern. Das sind echt die Schlimmsten. Mal abgesehen davon, dass ich den zweiten Ausgang eh noch nie gefunden habe. Boah, was? Oh, das war auch so richtig scheiße hier, glaube ich. Das war nicht gut. Boah, das war nicht gut, Leute. Das heißt schon nichts Gutes. Da hat sich das am Ende so ein Riesendingen zusammengebaut, glaube ich. Und man musste aufpassen, dass man früh genug da hochkommt oder so ähnlich. Ja, ich weiß. Jetzt eine... Alter. Eine mega geile Beschreibung gewesen. Aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ja, springt rüber. Alles klar. Super Mario, Blödmann. Way. Boah, da ist die Hälfte. Gib mir die Hälfte. Bam. Ey, Pro... Propeller, man. So, wirf die Scheiße weg. Und zack. Das war einfach bisher, muss ich sagen. Also, besonders schwer... Hier. Jetzt kommt es bestimmt. Besonders schwer fand ich das jetzt noch nicht wirklich. Hopp, 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 hopp. Nein! Jetzt kommt da so ein fetter Block. Den können wir außen nutzen, indem wir drauf springen. Dann runter. Ja, genau. Liebe Mitbürger, wie stellt ihr euch das denn vor? Wow! Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Way. Und hoch. Ja, also bisher, Leute. Bisher kommen wir sehr gut durch in dem Spiel, finde ich. Ja, das war der Scheißraum. Genau. Und jetzt war es das nämlich mit gut durch. Scheiße! Wie behindert kann man denn sein? Genau, genau. Ja, lach dich kaputt da oben. Sag dir, kriegst du den Fit noch weg. Wenn wir erstmal in der obersten Etage sind, Fräulein, dann rechnen wir aber ab. Dann hast du aber längst Schulden im Minusbereich. Ja, Schulden im Minusbereich. Wie kann man denn Schulden im Plusbereich haben? Naja. Okay. Lassen wir das. Für heute zumindest. So, komm, lass mich da hoch, du dreckigen. So, zack, hoch, da rein, da. So schwer ist das doch ehrlich nicht. So. Bams, Bams, Bams. Ich meine, das war einer der Level, die ich mit meinen Schwestern auch gespielt habe. Ja. Und ich glaube, da haben wir uns auch immer, immer gekloppt irgendwo. Ja, genau, genau. Blöder. Genau, 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 genau. Bams. So. Ja, genau. Komm schon. Geh runter da. Und rein, da. So, jetzt kam der Scheiß hier, Leute. Passt gut auf. Zim, de. Ah, ne. Das, das, das war mir jetzt zu unsicher. Da ist der Boss. Boah, wie doof ich doch war. Springen die Teile hier? Das sieht so verdächtig alles aus. Ich könnte darauf schwören, dass hier wieder irgendwo noch, das ist eigentlich bei jedem gewesen. Ja, hier war nämlich immer noch mal, ja, genau, hier war immer noch mal irgendwo vor dem Boss, nämlich so ein, so ein Überraschungshighlight, so ein Überraschungsei sozusagen, wo man noch was bekommen hat. So, Leute. Zehn Minuten fast. Den Boss, den können wir noch schaffen. Hoffe ich doch, dass wir noch schaffen. Sieht jetzt gut ausgerüstet. Mal gucken. Werfen wir diesmal Bälle, verzaubern wir Steine. Was machen wir diesmal? Man kann nicht runterfallen. Genau. Bams. Nummer one. Was? Bleiben diese Ringe jetzt für ewig? Bams. Zweites Mal. Hopp. Komm her. Wey. Wey. Bams. Geschafft, Leute. Wie geil auch noch. Komm, spring nochmal. Ne, springt da nicht mehr. Wie geil auch noch. Dann mitten drauf beim dritten Mal, gerade wo sie hochkommt, schön draufgesprungen. Perfekt, Leute. So gehört sich das. Drei Level geschafft mit inklusive Borg. Das ist doch mal eine Bilanz. Die kann sich sehen lassen. Vor allem, weil ich gedacht hätte, wir brauchen länger. Aber jetzt haben wir ja noch Zeit, in das neue Level nochmal kurz reinzugucken. Was es da so schönes gibt. Gucken wir das doch nochmal. Genau, hier geht der Weg nämlich weiter. Und bevor das Bohu-Haus dann im nächsten Part kommt, gucken wir uns das nochmal an. Ja, genau. Help me. No, wir helfen jetzt nicht. Speichern. Klar, speichern. Wäre ja doof, wenn wir nicht speichern würden. Und ab. Next Level. Was hält das für uns bereit? 20 Leben. Welt 4. Level 4. Boah, wenn ich die Musik schon höre. Die Musik ist zwar saufröhlich, aber wenn ich die Musik schon höre, weiß ich, das ist eine Parodie. Das ist reine Ironie hier, dieses Spiel. Die gaukeln einem immer so ein schönes... Ja, dann kommt da von oben der Pissfisch. Genau. Ich wollte doch nur zurück. Genau, genau, genau. Boah, weißt du was? Tötet ihn. Tötet ihn, Leute. Tötet ihn. Ja, genau. Genau. Ja. Alter. Boah. Genau, 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 genau. Oh, 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 oh. Was haben die sich bei dem Spiel nur gedacht? Hälfte, 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 Hälfte. Das würde ich gerne mal wissen, was die sich dabei gedacht haben. Das ist ja... Boah. Ja, genau, dann sieht man den gar nicht. Ihr seid doch dreckig. Ja, und dann zieht er... Dann gibt es auch noch welche, die so asozial ihre ganze Familie... Boah, ey. Genau, du scheiß Ding. Zwölf Minuten, ey. Da kriegt eine Kampfansage, Leute. Was haben wir als Items? Komm schon. Einmal Eis, Mario. Komm, einmal rein da noch. Boah, Leute, das wird sauknapp, aber egal. Ich will es nochmal versuchen jetzt. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So geht das nicht. So, jetzt wird der nämlich direkt ein... Was? Wie kommt der da raus? Gibt es die Kind... Ja, deine scheiß Kinder. Boah, ey. Die sind doch so asozial. Ja, was ist das denn? So eine Seepflanze, die sich bewegt wie wild oder was? Boah, kn... Ja, genau. Spring auf mich drauf. Ich komme mir vor wie bei Silvester. Ja, komm jetzt durch. Jetzt gib mir doch endlich das Ziel, Mann. Alter, gib mir das Ziel, gib mir das Ziel, gib mir das Ziel. Gib mir das Ziel, gib mir das Ziel, gib mir das Ziel, gib mir das Ziel. Gib mir das Ziel, gib mir das Ziel, gib mir das Ziel, gib mir das Ziel, weh, du gibst mir nicht das Ziel, weh, da ist kein Ziel, weh, da ist kein Ziel, weh, da ist kein Ziel, weh, da ist, weh, da kommt noch ein Fisch, der mich umbringen kann. Es kommt kein Fisch, wir haben es geschafft, Leute, vier Level in dem Part. Boah, ich fühle mich richtig gut, Leute, so, so viel in so kurzer Zeit habe ich ja schon ewig nicht mehr geschafft. Uh, so muss das sein. Können wir im nächsten Part mit dem Buhu-Haus weitermachen, aber vorher gehen wir uns noch ein paar Items angeln, Leute. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, grandioser Part, ich hoffe auch, dass ihr die nehmt auf und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!